Ich bin schon wieder Kuh mit Wanderer Ich bin Imposter Wird Dennis jetzt halt instant rausvoten Einfach für die Aussage Rapp jetzt hier stehen Ich würde Dennis rausvoten Und ich meine das absolut ernst gerade Ich würde den instant rausvoten Aber wenn er das jetzt wirklich ist Und einfach nur aus Jux am Anfang gecallt hat Und am Ende uns komplett hochzunehmen Ich würde den instant rausvoten Ich meine das gerade absolut ernst Nein Jungs zieht es durch, das ist kein Spaß Ist er auch vollendet Ich sterbe mein Vorhabs Gambo ist auf jeden Fall alt Uuuuuhh! Ich kann halt keinen zweiten Call mehr machen. Nein, warte, chillt mal ganz kurz Beruhigt euch mal kurz Ich würde euch gerne Eine Sache sagen Nein, also ey, Jungs Ich würde halt legit sagen, dass es Tim ist Weil Tim gerade der einzige war Der Dennis beleidigt hat Tim hat in der hintersten Tim hat in der hintersten Ecke Scheiß Scheiß Er hat Dennis beleidigt, weil Dennis einfach es gejinxt hat Für ihn selber und für Tim dann Seinen Kollegen Als ob er jetzt wirklich für Tim wird Ich meine das ernst Dann ist es eine quick round, aber vote Tim raus Dann lass Ryan raus voten Warum? Wenn die Runde jetzt zu Ende ist, kacke ich ab Wenn die Runde jetzt zu Ende ist, kacke ich ab Oh mein Gott Das Problem ist, da wir jetzt nicht ordentlich gespielt haben, wissen wir absolut nicht wer was ist Ich glaube Nick ist es Ich habe eine Begründung Pass auf Ich war in diesem Hauptraum am Anfang Und oben rechts gibt es diese Download-Task Ich habe die gemacht Gambo hat die gemacht Nick stellt sich, keine Ahnung Zehn Sekunden nach mir dahin fängt das an Und geht vor mir wieder weg Als ob das so schnell fertig ist, Nick Ich habe den Müll gemacht Gibt es da auch Müll oben rechts? Ja, da gibt es auch Müll Ja Okay, dann my bad Wow Warte Gambo, hast du gesehen, wie der Müll rausgeflogen ist? Nein, das sieht man nicht Ich habe nicht drauf geachtet Sieht man nicht? Wir jolt Haas und aus Ah, okay Das kann man ja auch Also, Rock may you left Das gibt es ja auch nicht Ja, ja Das gibt es leider Ja, muss jetzt auch kein random raus von mehr ohne Ja, ne, also, also, ne Ne, ne, ich auch Das gibt es Hä? Hä? Nick? Ja, es ist okay Ja, es ist okay Meeting Danke Habe ich hier irgendwas? Ja Habe ich hier irgendwas? hai Oh du ине du Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020